Keine Angst, ich weiß, was ich tue. Hier, das hier ist die Vollmacht für Olli, damit der immer noch keine Probleme bekommt. Die ist für dich. Es wäre ganz schön, wenn du während ich weg bin, dich um die Hausverwaltung kümmern könntest. Wo willst du denn überhaupt hin? Weiß ich noch nicht. Hey, was ist los? Warum kommt ihr nicht runter? Gregor geht weg. Selbst schuld? Dann komm du wenigstens. Es ist eine Megastimmung. Nein. Er will weg aus Düsseldorf. Für länger. Vielleicht für immer. Was? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Hier, das ist die Vollmacht für dich für Snow Limits. Das hier ist doch nicht wahr. Ich meine, man weiß nur das, warum fahre ich das jetzt her? Ich weiß es selbst erst seit ein paar Stunden. Und wo willst du hin? Hauptsache weit weg. Hallo. Hallo, Jungs. Hi. Ihr wisst aber schon, dass ihr hier verschwinden müsst, oder? Also ab nach unten, zack, zack. Ja, wir haben ja eh alles besprochen. Dann gehe ich mal rüber. Packen. Das glaube ich jetzt nicht. Das kannst du doch nicht machen. Ja, dann. Pass auf dich auf. Ja, klar. Und schreib mal eine Karte. Arich, ich pass auf mich auf. Und ihr auf euch. Wird schon. Mädels, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Was war das denn? Bis zum nächsten Mal. Wisst ihr? Haus. Das war das denn. Was war das denn? Musik. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020